Ich war noch nicht soweit. Kann ich die Waffe noch mal auswählen, wenn ich jetzt weiter klicke? Ja, aber bei Ausrüstung bearbeiten. Ich brauche ein Wäffelchen. Da ist es. Ich habe eine schöne Platte verloren. 1x3er Platte. Ach, Mann. Ja, ich würde Quads generell eigentlich meiden wollen in Zukunft. Und am Anfang sind halt noch viele Spieler unterwegs. Da kann man noch nicht so extrem offen über die Straßen fangen, glaube ich. So, lade mal ein bisschen schneller hier. Also, ihr könnt immer auf die Karte gucken, wo dieser Mavi-See-Sumpf sein soll. Dieses Akta Village ist relativ südlich von der Stadt. Da waren wir eigentlich fast gerade. Aber wo ist der Mavi-See-Sumpf? Theoretisch muss man das auch alles nicht... Wenn ich beschützt das LTV-10 muss. Okay, naja, doch, muss man vielleicht erst in einem Rutsch machen. Mal gucken. Steht aber nicht davon da, dass man da extrahieren muss. Komm schon, komm schon, Puppe. Komm schon, Puppe schon. Erkundet, erbeutet und sichert Daten für neue Missionen und Ziele. Rechnet mit Wiener für lokale Einheiten. Achtet auf andere Rücken im Gebiet. Zug, Zug. Komm mal rauf. Ey, ist aber Schabbau. Ist das der richtige Zug? Ja, ja. Oh Gott, ja. Schau mal her. Ah, nein. Wo ist der Sumpf? Ich guck mal ganz kurz nach dem Sumpf. Ach, die Marschlands. Das ist bestimmt das hier. Das ist der Sumpf. Das kann gut sein, ja. Hier ist, glaub ich, so eine leckere Raketenstellung drauf. Ne, das ist Dings, äh, Munition. Ach so, alles Munition, okay. So, wir brauchen so ein Bomben-Symbol. Oh mein Gott, ja, ähm. Ganz im Süden, ähm, am Airport ist eins da. Fahrzeug hier noch nie? Du, 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 du. Ein Boot! Ein Boot! Oh, tja. Ja, verlassen wir uns mal hier außen lang. Ready? Komm schon. Komm schon. Komm schon. Kann man da noch? Schiffswrach. Was der Vortrag weg ist? Ähm, der Auftrag scheint weg zu sein. Dann einfach weiter Richtung Silver Village. Also außenrum. Immer außenrum. Da kommst du durch, glaub ich, in der Mitte. Da laufen aber welche. Also NPCs. Hier ist eine Lücke. Im, im Airstrip. Also auf der Karte ist es bei mir noch. Ne, Quatsch, ich hab das neu gemarkiert. Alles gut, ich hab nicht gesagt. Du, 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 du. Du, 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 du. In den Flughafen. Ähm, Kannst du auch eine Tankstelle oder irgendwo? Ich guck schon. Ähm, ja, hier ist eine Tankstelle. Einfach, einfach, einfach am Land lang fahren und unter der Brücke durch. Dann kommen wir zur Tankstelle. Okay. 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 So, hier ist Tankstelle. Ähm, links quasi. So, hier ist Tankstelle. Ähm, links quasi. Oh, shit, 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 shit. okay dann weg hier also weg 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 ich glaube mit der m16 muss ich auch einzelschuss gehen er ist ja wirklich schlechter unter aller saue es gibt noch so viele geile ort zu entdecken irgendwie so ein schiffswrack da gibt es auch direkt missionen für irgendwie genau hier so aus und lang da würde ich aber auch sagen wir laufen ran oder das war nicht mitten in so eine gegner muss weiter nach links ist auch was gesunken ist genau rechts und links vorbei und dann würde ich sagen schon langsam nach dem schiff rechts irgendwo wir können das schiff verlassen vielleicht das boot lassen vielleicht kann man es ja weiter benutzen ich glaube ich das gegner also hier im schiff war schon mal kann sein ja wohl nur einer wo nur einer die schotter hatte ja genau hier sind wir schon mal kläglich auch zusammengeschossen worden das ist ein tausend für ist direkt hier er ist den linken am besten also ich brauche eine andere waffe die ist ja unter aller da kommt einer rein unter die glaube ich weg nicht offen offen auf dem dach ist einer auf dem dach wir können weiter müssen wir nicht warten es ist aber draußen welche ich gehe ins haus kommt ihr ins haus hier bitte hier sind auch welche draußen wir können nicht rüber rennen es ist halt schon viel zu offen wir sind nicht mehr viel zu offen ich schaff dich wieder auf die beine kumpel ist er draußen noch am leben der da hockte oder ich habe noch hälfte langsamer vorgehen immer noch immer noch zu schnell rein gerasche noch eine zweite stelle an der zweiten stelle das gibt sogar siebeneinhalbtausend da mal sofort das auto eigentlich zusammen und wir können uns theoretisch zeit lassen weil wir müssen nicht exfiltrieren für die aufgabe die platziert eine ladung an den vorräten und zerstört sie jan mach langsam du rasch schon wieder nur vor ja hier ist doch gar keiner also da vorne ja meine spielweise steht auf dem grabstein drauf es war seine spielweise irgendwo erst mal deckung da kommen nämlich wieder welche er ist nicht offen stehen jetzt hier irgendwo in entdeckung helikopter wir müssen das ding halt beschützen da oben geht es halt auf dem dach aber der shop ist da oben drauf das ist doch bescheuert da kann man das auto nicht ran oder das kannst du glaube ich werfen so als job mit die vorräte bin ich mal gespannt muss mir bloß jemand noch wir kommen schon wir kommen schon du willst wieder nur unsere knete falsche taste wieder mal gedrückt rucksack das auto ist und was soll er wird hier noch gedruckt hast du hier kommt noch mal das schon ja ich bin im wasser gelandet na dann ich will nicht fahren wir müssen wir müssen hier um mit dieses dorf ist nicht weit also mal irgendwie erst mal nur rauszukommen hier rechts kommst du da durch also alles muss uns den gegner weg machen einfach und dann in dem dorf und dann müssen wir es zerstören einfach hat das ding eine begrenzte munition alex sonst spart ihr das oder das unendlich muss nur einmal abkühlen aber dann ist ja okay also ich habe ja auch keine muni anzeige also darum dann wird das schon sein dann fahren wir einfach mal außen drum rum und gucken ob das zählt irgendwie also links ist jetzt schon im prinzip dieses menschen das muss alles platt gemacht werden 10 gegen 18 gegner ok ja wo es zählt noch nicht ja die zählte tatsächlich schon erzählt schon weiter 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 ich steig mal wieder 1 2 2 2 3 möchte ganz viel ja das ist ein anschießen hier vier haben wir schon 5 7 hinter uns zwei noch das dürfte es nicht ohne na warte 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 ist es klack jetzt auch so ist ja ja raus zurück zurück und weg zurück und weg das war es richtung norden richtung norden am besten also links und weg ja dann einfach da lang genau ist okay ich habe jetzt noch mal runter geschossen ja wir müssen jetzt auffassen dass das auto nicht kaputt geht wir müssen jetzt bis zum sumpf fahren das müssen wir jetzt zerstören oder ja ja aber an der bestimmten stelle halt ach so kann man hier im auto platten nachschieben ja alex du kannst platten nachschieben im auto falls du hast ich kann gerade nicht hast keine doch aber moment aber nicht am geschütz aber du kannst ja wieder hoch gehen ich ja so weiter fahren ok ich fahr bei außen rum ja ja fahr außen rum bleib auf der hauptstraße bleiben und hinter der brücke dann am ufer lang fahren das war nicht so offen durchsdorf fahren aber erst rüber auf die seite ja und jetzt hier irgendwie links durch die botanik und sicher dass das der sumpf ist ja also ich habe keinen anderen gefunden das muss das sein wenn nicht können wir das nachholen weil da müssen wir halt nochmal einkaufen ohne die zu töten da müssen wir suchen die stelle halt so ich würde weiter fahren noch nicht über die brücke ich bin über die nächste brücke fahren also weiter fahren und hier rüber also die heile brücke jetzt hier genau hier rüber ja und dann hier so runter da irgendwo rein das hängt das ding einfach ja fahr da irgendwo rein und dann ballern wir das ab und dann aber auffassend das ding explodiert ne ich würde das ding einfach am wasser nee fahr einfach rechts rein wir müssen einfach runter irgendwo wir sind schon im gebiet glaube ich ja deswegen hängst du fest jetzt nö ich guck grad wo es kreuz ob es noch was anderes gibt dann fahr runter wir müssen nur einfach ich würde irgendwie nach rechts noch ein stück meter fahren aber wir sind eigentlich schon da wir sollten nur jetzt Lack machen da meinte doch einfach nur dass ich den damit auch zerstörung wenn ich den das wasser versenke das man nicht damit äh weiß ich nicht ich würde sagen wir steigen aus suchen sichern spot und ballern darauf alex kommt weg da ach helikopter wenn sie aus dem helikopter aufpassen ja moment ja es ist jetzt das sind schön das ist alles gut das sind nur einfach weg vom links alex kommt raus da kommt und jetzt sterben wäre das zu schade hat jemand irgendwie eine granate oder sowas noch hat geklappt wollen wir nicht ich habe noch eine bandage wollen wir noch mal ein paar stimmen suchen und dann raus wir bräuchten noch sechs stimms und drei bandagen gegebenenfalls wir können ja auf dem weg richtung ex filtrations punkt die häuser durchloten ich müsste auch irgendwie eine wasser mitnehmen das wäre sonst verschwendet hier hast du platten jahren sonst nachschieben hier und diese tankstelle da gibt es auch immer medikids das ist ein spieler glaube ich wenn wir zu uns schalt doch mal um auf einzelfeuer hat bei mir unten einen bug ultra 1 der feind ist alarmiert vorsichtig vorgehen haben wir keine bandage ist noch einer hast schon da medical center hier sind genau medical center hier drüben das blaue hier aber das kann sein dass das verschlossen ist ne aber es ist zu klein oder ist offen es ist offen es ist nicht wirklich krankenhaus oder sowas vielleicht nur das lager hier geht's wo ich bin nachmann empfehle gefunden immer hoch hier wird schon was sein ja hier sind noch mal ja im zimmer und ganz viel krankenzeug perfekt beruhigende handcreme vor allen dingen ja ich habe es dem mond verband ja sehr gut ja sehr gut das zählt ja eh für alle notfalleration was denn das ach hier sind immer eh zum futtern wahrscheinlich ich habe jetzt ja ich glaube hier war schon wer kann das sagen so wie wir hier gelootet haben ja jahren war da schon ich würde sagen raus richtung westen aufpassen sieht das nach npc aus ja hier oben ist scheiße glaube ich also mit der waffe komme ich nicht ich muss nicht ein bisschen dicht daran da ist noch ein verband gewesen ich habe jetzt ich habe zwei bandagen und meinst du wir gucken es kann sein dass einer nachher fehlt bandagen müssten durch sein stims kann sein dass einer fehlt anders und zum extraktionspunkt und die meine munitionskiste ja aufpassen die leute auf der straße also npcs npcs auf der straße auch munition habt ihr sonst schmeißt ich noch mal eine kiste lege hier munition ab dann ja da sind npcs aufpassen entweder außenrum auch schon wieder nur vier minuten aber das ist nicht schlimm die die hauptaufgaben haben wir geschafft das geil dann müssten wir unseren zweiten slot freigeschaltet haben auch noch welche zwei stück habe ich die aner gedrückt dem dann warte kurz wo sind ja ich weiß nicht hinter mir war irgendwo ok dann dann leider aber ich nehme jetzt die beine in die hand und laufe ja ich schiebe eine platte nach gegebenenfalls wir warten auf jeden fall noch da wir gerade extrahiert ja er wartet hier einfach da wird mir zu viel geballert sehr gut für die was du so ein lärm machst im einsatzgebiet wird es windig besser du evakuierst bevor die strahlungswerte steigen so warte mal hier alex ich hab auch noch ein verband ein gut verbänden ist glaube ich das problem stims das ist ja dann langsam folgen da zu dem haus sind die raus ja die sind weg ne hat noch nicht gestartet wartet die stehen noch die sind jetzt einfach hinlegen mal kurz da sind noch gegner auf der straße das sieht aber aus wie npcs vom verhalten her oben auf dem turm seht ihr das ganz hinten auf dem turm oben das ist definitiv kein npc ja das ist definitiv ein spieler wenn der ein sniper ist haben wir keine chance hat da einer eine nicht angreifen leute er springt runter und wir haben nicht allzu viel zu verlieren heute es sind nur die bandagen zur not wartet hier kurz einfach bevor ich habe selbst überlegen dann warte dir kurz für den heli warte da wenn der von links snipet haben wir auch scheiße ja da sind drei gegner gewesen da sind ja ein bisschen am arsch jetzt drei spieler ja leute deckung 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 zur not die schießen hier rein achtung achtung hier hinten am fenster ist einer bei mir der spieler ja das sind alles echte spieler ja das sind alles echte spieler ist hier angeetet hier kommt ein ja ich habe selbst belegung hier wird ich habe keine hier ist auch keine keine deckung irgendwo hinter dir lass es warte lass mich einfach ich komm nicht wiederbeleben erst kämpfen oder so weil die die hauen uns weg hier naja ist egal wir haben die aufgabe geschafft ich habe jetzt auch echt crappy waffen gehabt die haben mit der n16 also keine chance irgendwie so jetzt müssten wir den zweiten zweiten haben ich muss auf jeden fall eine stunde kurz was machen ja wir waren sehr erfolgreich wir können von mir aus definitiv auch hören für heute das ist 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 das ist